Ah, guck mal wer da steht! Guck mal wer da steht! Hallo! Ähm... Luka und Autogramm gehst! Tschüss! Ja, das wär schon mal. Ey, da läuft roppig nach, gell? Und bei uns, bei uns an Straßendreck läuft das dran, ne? Wenn wir nachher um ein Kauri dreht, ne? Dankeschön! Nö! Wir sind die Einzigen, wo lachen, wisst du? So muss ich Robby fühlen, das ist geil, ey! Oh, cool! Cool!